Servus, grüß dich und hock dich her zum Hohrgarten, der Podcast aus Garmisch-Partenkirchen. In der heutigen Folge zu Gast ist Christian Stadler. Stadi ist Sport-Action-Fotograf. Mit ihm spreche ich über seinen Weg aus dem Bayerischen Wald über die Landeshauptstadt München nach Garmisch-Partenkirchen. Darüber, wie er seinen Beruf des Alten- und Krankenpflegers irgendwann an den Nagel hängte, um seiner Leidenschaft und seiner Berufung der Fotografie nachzugehen. Und das zu einer Zeit, in der hier in Garmisch-Partenkirchen eine Aufbruchstimmung herrschte, was den Snowboard-Sport und den Snowboard-Freestyle-Sport im Allgemeinen betraf. Darüber, wie er Roadtrips nach Neuseeland und nach Kalifornien gemacht hat, er Teammanager von Snowboard- und von Freeski-Teams war und darüber, wie das irgendwann mal alles zu viel wurde. Seine Zeit auf dem Jakobsweg und mit welchen Erkenntnissen und Begegnungen er wieder nach Hause zurückgekehrt ist. Christian ist ein super sympathischer Zeitgenosse. Ein Mensch, mit dem es sehr schwer fällt, irgendwie ein Thema in der Tiefe zu bearbeiten, weil wir relativ schnell rechts und links von diesem ganzen Thema abweichen. Ich hoffe, ihr könnt uns folgen und wir sind uns relativ sicher, dass wir irgendwann eine zweite Folge aufnehmen, um die Themen, die wir vergessen haben, ja auch noch weiter besprechen zu können. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt löwe, Leidln sagt er, Hörst's gut zu, sagt er, Neuigkeiten sagt er, Gibt's grad genug, sagt er, Was die Leute reden, sagt er, Und was deren, sagt er, Könnt's beim Haargarten hören. Der heutige Gast im Haargarten ist aufgewachsen im Bayerischen Wald, in der Nähe der Dreiflüsselstadt Passau, dem Venedig Bayerns. Er suchte den Weg in die weite, große Welt und landete in Garmisch-Partenkirchen. In diesem Schmelztiegel lebte er in der damals wahrscheinlich actionreichsten Wintersport-WG Europas, bewaffnete sich mit einer Kamera und mit dem dann richtigen Blick fasste er in dieser Welt relativ schnell Fuß, um auf Selbigen einige Jahre später den Jakobsweg zu begehen und mit einem völligen neuen Blick auf die Dinge zurückzukehren und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Immer noch mit der Kamera, tausend Ideen aus ihm raussprühend und das Herz am rechten Fleck. Herzlich willkommen, Christian Stadler. Danke, David. Schön, dass ich da sein darf. Du, Christian, Prost zum Haargarten. Prost. Du, Passau, das Venedig Bayerns. Da bin ich geboren. Da habe ich die sehr wichtige Zeit meines Lebens verbracht. Aber aufgewachsen bin ich in der Nähe, im südlichen Mittelpunkt des Bayerischen Waldes. Ah, okay. Gibt es das auch noch, den südlichen Mittelpunkt des Bayerischen Waldes? Genau, in einer Granitgegend. Tief im Wald, ich würde sagen, eigentlich ein bisschen Buller-Bü-Style. Okay. Viele, viele, viele Kinder, ein Dorf, ich weiß nicht wie viele Bauernhöfe mit Kuhstelle und echt eine schöne Kindheit gehabt. Frei, völlig frei. Also richtig, ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden und das ist ja rückblickend aus der heutigen Sicht das Schönste und Gesegneteste, was du so haben kannst. Wenn du gehst raus zum Spielen und hast deine Spätzle irgendwo im Dorf verteilt, jeder weiß, wo du bist und dann kämpfst aufs Loch wieder warm und alles ist gut gegangen. Das stimmt, ja. Das war echt schön. Habe ich Glück gehabt, bin ich dankbar drum und dann mag ich nicht missen. Also das war schon schön. Ja, und jetzt wächst auf im südlichsten Mittelpunkt des Bayerischen Waldes. Und bevor du den Weg nach Garmisch-Partenkirchen gefunden hast, gab es ja noch ein paar Stationen oder deine Ausbildung hatte noch nichts mit dem Thema Fotografie zu tun, oder? Nein, überhaupt nicht. Das waren alles Zufälle im Leben. Also das war, ich komme aus einer kinderreichenden Familie, also ich habe vier Geschwister, wir sind fünf Kinder und so rückblickend hat es mich schon immer ein bisschen so rausgetrieben. Ich bin scheinbar, das hat mir letztens meine Schwester erzählt, bin ja mit vier Jahren ein paar Kilometer abgekommen zu Hause, um irgendwie im Nachbarstädtchen im Spielzeuggeschäft Sachen anzuschauen, oder? Also ich war schon immer ein bisschen unterwegs und die Stationen gingen dann über Passau, wo ich Internat war und ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber ich hatte eine wahnsinnig schöne Internatszeit. Es war ein richtig katholisches Internat mit allem Drum und Dran. Also andere haben es vielleicht gehasst, ich habe es geliebt, weil ich habe alle Möglichkeiten gehabt. Wir waren nur unterwegs, war zwar mit allen Konsequenzen damals, mit viel Beten etc. Und so ging es dann immer peu à peu weiter und schulisch gesehen habe ich ein bisschen so einen Absturz hingelegt, aber dann das ein, zwei Jahre zu Hause, das war schon ein bisschen too much. Also da habe ich Möglichkeiten gesucht, wie ich wieder wegkomme. Also nach dem, also der Absturz im schulischen Bereich, also vom Gymnasium, genau, bis dann wieder wieder vorn. Genau. Und Passau ist wie groß, wird ja auch, ich glaube die haben über 50.000 Einwohner. Über 50.000 Einwohner, dann hast du da im Prinzip schon mal das erste Mal so die Luft der weiten Welt geschnuppert. So ist es mal vorkommen zumindest. Und dann gehst du wieder zurück und dann bist eigentlich und die Grenzen sind enger gesteckt. Genau, klassisch. Du musst die Ausbildung machen und, und, und. Und genau, also das war natürlich meine Schulausbildung, das war nicht gerade das Gelbe vom Ei erst mal. Auf jeden Fall habe ich dann Wege gefunden, wo ich dann mit 17 mich heimlich beworben habe in München in so einer Krankenpflegehilfeschule. und so bin ich dann ausgebüxt dann irgendwann. Also habe ich meine armen Eltern mitgeteilt, ich bin da mal weg. So ging es damals schon los mit 18. Und genau, bin dann nach München, habe da meine erste wirkliche Ausbildung begonnen, die nur ein Jahr war damals, die ich ja zu Ende gemacht habe. Und dann war schnell klar, ich will die dreijährige Krankenpflegehrausbildung machen, also das dann draufsetzen und habe mich da auf die Suche gemacht. Und das war dann, bin ich in Garmisch gelandet. Ach so, das ging dann so über den, München, die Station Landeshauptstadt, dann direkt nach Garmisch-Partenkirchen. Genau. Und da war ich schon Hobbyfotograf bin ich geworden in München. Und fotografisch beeinflusst wurde ich im Internat, weil mein damaliger Direktor, der hat schon aus den 50er Jahren und davor und danach war die ganze Bibliothek, die es da gab und alles voller gelben Magazinen. Und wer das kennt, ist National Geographic. Und wer ein bisschen bildaffin ist, also ich habe alles durchwühlt an diesen Fotos, diese Welt, die Welt, Archäologie, Träumen etc. So ging es eigentlich los. Das war zu der Zeit, um das mal so ein bisschen zeitlich einzuordnen, zu der Zeit, um das mal ein bisschen zeitlich einzuordnen, hervorragender Satzbau, das war noch analoge Fotografie. Fotografie. Da war noch nichts digitales. Genau, 86 bis 90, 86 bis 90, glaube ich, war ich im Internat. 92 bin ich nach München und 94 bin ich in Garmisch gelandet. Also was die Fotografie betrifft, war das dann schon noch, ohne jetzt irgendjemanden zu nahe zu treten, das war noch ein richtiges Handwerk. Genau. Also nicht wie jetzt tausend Bilder machen und dann die besten raussuchen, sondern du musstest ja jedes Motiv, jedes Foto vorbereiten, Blende, Schärfe einstellen, den richtigen Film drin haben, um dann vielleicht zwei, drei Bilder zu machen und zu hoffen, dass da was geworden ist. Genau, nur ich hatte damals keine Ahnung, hatte ich lange nicht, ich hatte lange null Ahnung, ich habe nur Bock gehabt, Fotos zu machen. Also und da ich mathematisch und physikmäßig nicht so begabt bin, habe ich mir einfach schwerer getan und wie nach wie vor in meinem Leben, ich lebe viel aus Erfahrungen, also Erfahrungen machen. Und ja, aber es war einfach, ich hatte Bock, also es war die Zeit, München war schon, eine schöne, wichtige Zeit und da habe ich auch mich, habe ich schon viel fotografiert, keine Ahnung von Fotografie gehabt, ich habe es einfach gemacht, das war dann damals in der Boxschule, wo ich war, Sport, dann Konzerte, Lifestyle, schieß mich tot, da wusste ich das Wort Lifestyle noch nicht, ich bin einfach raus und fotografiert und alles, was ich an Geld hatte, habe ich verbraten. Einfach, ja. Also waren das schon, also weniger Natur, sondern schon immer, also jetzt wäre es ja die Actionfotografie und die halt gelagert im Sportbereich, im Konzertbereich oder genau, so Momente, Momente zu finden, das ist immer so, nie spezifisch, also ich bin definitiv kein klassischer Landschaftsfotograf, weil ich keine Geduld habe, das hätte ich gar nicht, kann ich gar nicht, habe Respekt vor den Jungs, die das machen, sich stundenlang irgendwo hinstehen und suchen und das war ich nie null. Das war immer intuitiv. Und das hat sich, also als du dann nach Garmisch-Partenkirchen gekommen bist, hast du ja zum einen die Ausbildung, genau, die Krankenpflegeausbildung, gemacht, die drei Jahre und parallel dazu die Fotografie mit in einem Umfeld, wo sich ja alles rührt, wo Menschen am Berg sind, wo sie Skifahren, Snowboarden, Klettern, Genau, also ich bin hier angekommen und dann im Klinikum war ja schon, waren ja alle, ich glaube aus ganz Deutschland die Civis, die in Garmisch schon waren, waren ja auch wegen dem Snowboarden und Skifahren und Berggehen und Wandern und Gleitschirmfliegen waren ja in Garmisch, dann die Pflegekräfte, die da waren, waren ja ganz viele schon Snowboard- oder Skiaffin und die Leute, die ich da kennengelernt habe, das ging ratzfatz und ich war heute, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich war, da fing mir klar, du bist offen für alles und dann, ist das in einem Satz passiert, ich bin 94 angekommen und 96, glaube ich, hatte ich schon die ersten Veröffentlichungen im Snowboard-Magazin. Ach, ernsthaft? Also es ging dann so schnell, weil, also die Garmischer Locals, die habe ich erst so ein bisschen nach und nach später kennengelernt, also, aber es ging schnell, also es war dann irgendwie, ich weiß es gar nicht mehr, es sind so Fragmente, die ich nur noch so zusammenbauen kann, aber es war die beste Zeit, ich war am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, wollte Krankenflüger werden, was ja, was wirklich ein super schöner Beruf ist und auch die Fotografie und das draußen und dann, Fotografie ist ja nur so ein Teil des Ganzen, weil es war die ganze Lebenseinstellung damals. und das Bild, welches dann im ersten Magazin, oder das erste Bild von dir, was im Magazin veröffentlicht wurde, war das dann wahrscheinlich ein Foto aus deiner damaligen Freundesgruppe raus, wo ihr beim Snowboarden wart? Ich weiß es nicht mehr, wer es genau war, ich schätze, das war ein Foto von Andi Lehmann, einem sehr bekannten Garmischer, jungen Mann, was der Andi, oder unser geschätzter Pole, wie man ihn nennt, Andreas Sulzgruber, auf jeden Fall, die Garmischer Jungs, die waren ja alle Weltklasse, also schon, und ich habe mich am Anfang nicht getraut, die fotografieren zu dürfen, also bis dass ich da mal herangekommen bin, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, die erste Veröffentlichung war über den Lehmann Andi, der für seine Sponsoren was gebraucht hat, und da hat es bei mir so ein bisschen geklingelt, so hey, die brauchen ja Fotos, also das Bedarf, und da bin ich dann, habe ich mich letztens auch bedankt beim Fotos Schneider in Garmisch, weil da hat meine Karriere begonnen, bei denen, wo ich dann meine Dias abgeliefert habe, bin dann zwar, also muss ich dann sagen, bin dann nicht mehr zum Fotos Schneider irgendwann, dann bin ich schon nach München in die großen Labore gerannt mit meinen Sachen, aber da hat es so begonnen, wo man dann, also fünf Tage, oder ich weiß nicht mehr, wie lange ich gewartet habe, bis dass die Bilder da waren, schauen, sind die überhaupt was, ich habe viel versaut, ich habe einfach technisch lange keine Ahnung gehabt von Fotografie, also sehr lange und habe nach wie vor Defizite, also das. Wie hast du das dann draufgepackt, deine Defizite, das ist ja auch, ich weiß es nicht, ist Fotograf noch ein Beruf, den du erlernst, oder ist es mittlerweile so, dass du aufgrund der immer weiter sich entwickelnden Technik das Fotografieren ja erst mal als Vorgang an sich vereinfacht, bloß du trotzdem ja noch einen Blick brauchst für das Bild, für die Perspektive, beziehungsweise durch, gerade im Snowboard oder im Skisport, du ja auch dich in bestimmten Bereichen auch bewegen musst, um dann auch dahin zu kommen, wo die Sportler unterwegs sind. Und das, also auf jeden Fall, es ist deutlich leichter mit der digitalen Fotografie, dass man kapiert und man sieht ja sofort das Ergebnis und wenn jemand irgendwann kapiert hat den Unterschied zwischen Blende und Zeit, also dann kann man ja fast schon fotografieren, sich das jetzt doof an. Also eigentlich ist es recht einfach, aber es gibt dann schon noch viel mehr Aspekte drumherum, die man beachten muss. Auf jeden Fall habe ich festgestellt, also ich kenne wahnsinnig viele tolle, unglaublich talentierte Fotografen, aber wenn jetzt, also auf jeden Fall braucht man, also in der Art, wie ich fotografiere, Landschaftsfotografie ist wieder vielleicht was anderes, auf jeden Fall bei der Art, wie ich fotografiere, ist so diese soziale Kompetenz, glaube ich. Also ich begebe mich ständig in neue Situationen, mit denen ich mit Menschen reden muss, also irgendwie ist es immer komplett neu und das habe ich über die Jahre dann schon gelernt, glaube ich, und einen Bock drauf gehabt. Eigentlich geht es immer um Menschen oder Situationen und ich durfte begleiten und dann natürlich, damals war es so, einfach den Bock auf den Sport zu haben, es war Wahnsinn einfach. Also es ist ja nicht nur, dass ich irgendwie ein nettes Foto mache, sondern das war ja, was da geleistet wurde, was da gemacht wurde, einfach einen schönen Powder Spray oder der Trick, den gut hinzukriegen, dass er wirklich auch gegrabt wurde, also viel gelernt, viel wiederholt. War eine tolle Schule, also Freestyle-Sport an sich ist eine super Schule für Fotografie an sich. Also da warst du ja in dem, in dem, in dem Moment oder in dem Zeit, zu dem Zeitpunkt, als du nach Garmisch-Partenkirchen gekommen bist, da war ja diese, eine so eine ganz, ganz besondere Aufbruchstimmung, gerade was den, den Snowboard- und den Freestyle-Sport angehen. Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja, im Horgarten war der, der Olli Debi, ja auch schon zu Gast mit dem, unter anderem mit dem, mit dem Sommercamp auf der Zugspitze. Und das ist ja dieser Dunstkreis von den Personen, die du gerade genannt hast und der, der Flo, vielleicht jetzt nicht als Snowboarder, allerdings war der ja auch in der, in der, in der Bande mit drin, der, der Wanke Marco, das war ja dieser ganze Haufen, der einfach gesagt hat, jetzt drehen wir hier mal nicht alles auf links, sondern wir machen mal das, was wir cool finden. Und das hatte ich dann so, so reingesogen. Genau, also ich weiß, ehrlich gesagt, ich weiß also, vielleicht, vielleicht ist das so ein Männerding, ich kann mich nicht an alles erinnern. Also, es sind dann so Fragmente, aber mit dem Boden Flo, weil du das gerade erwähnst, ich und der Flo waren die einzigen BMXer damals. Also es war ja noch, wir haben dann ein Skate-Club damals gegründet und ich und Flo waren die BMXer, weil ich wollte, es war dann immer eigentlich Eigennutz, wie wir gedacht haben. Flo, ja, fällt mir auch ein, also das war eine superschöne Zeit. Marco, weil du es gerade erwähnst, also damals, glaube ich, er hatte einen Tretlachs oder irgendwie, in Dewey-Ali, fällt mir jetzt gerade ein, wo ich den zum ersten Mal so oben am Berg gesehen habe und ich habe mir damals an die Garmischer nicht so herangetraut. Die hatten teils auch mal ein bisschen einen wilden Ruf, habe ich so gehört gehabt, wenn man so die Spur von denen oder die Schanze von denen springt, da hatte ich schon meinen Respekt. Okay. Und, aber diese gab 1328 Gang von damals und es waren ja nicht nur die, sondern die Münchner waren ja da. Ich habe aufgesogen, ich war da, es war meine Ausbildung gemacht, ich habe meinen Dienst in der Klinik gemacht, aber alles, alles an Freizeit war dann nur das Snowboarden, das Drumherum, das Dokumentieren und ja. Also es war alles noch zu der Zeit deiner Ausbildung. Genau, 1994 bis 1997. Du hast deine Ausbildung gemacht und dann, wie du schon sagst, Freizeit, dann das Kamera-Equipment geschnappt und dann mit raus, da wo die Jungs sind und genau, noch mit der billigsten Kamera und so weiter, aber irgendwie, ich habe einfach gemacht, einfach irgendwie geschaut, ich habe dann, genau, das waren ja so Dinge, jetzt fällt es mir auch wieder ein, dann haben wir doch, weil die Dia-Filme waren ja teuer, die Entwicklung, dass dann teilweise der eine oder andere mir einen Film bezahlt hat oder die Entwicklung bezahlt hat, weil ich habe kein Geld nicht gehabt zu der Zeit. Ah, okay. Also es war dann schon das Agreement, dass man es sich aufteilt. Okay, also du schießt die Bilder und der Sportler, die Hoffnung, die Bilder werden was, der bezahlt den Film. War viel Ausschuss dabei, sehr viel Ausschuss. Also über all die Jahre sicher ein Familienhaus verschossen. Okay. Also wirklich, das waren, wenn man damals, also ich habe jetzt beim Umzug hunderttausende Bilder, also das ist ja. Kannst du sowas wegschmeißen? Nee, ich kann nichts wegschmeißen. Ah, danke. Ich schaff's nicht. Ich bin so bei dir. Ich kann auch nichts wegschmeißen. Leute, mit jedem einzelnen Bild hast du wahrscheinlich so eine Erinnerung. Du schaust das an und siehst da die Situation. Auch den Ausschuss habe ich aufgucken. Das ist so alles. Der Ausschuss ist in einer Kiste, aber ich kann es nicht wegschmeißen. ja. Und du hast dann die Ausbildung hast du durchgezogen? Genau. Und ging es dann in dem Beruf vom Kranken, Alten Pfleger weiter oder hast du dann sofort gesagt, jetzt mach nichts mehr? Also das war mir noch nicht ganz klar. Also ich habe die Ausbildung tatsächlich geschafft, was ein Wunder ist. Da war ja nichts mit Mathematik und Physik dabei. Nein, also es war schon ein Wunder, dass ich es geschafft habe und weil ich nicht der Fleißigste war, glaube ich. Aber ich habe es geschafft. Danach, ich weiß es nicht mehr im Detail, ich glaube, ich bin dann nach München erst mal gegangen, weil in Garmisch konnte ich dann die, also ich musste Zivi machen. Das hat mir ein bisschen gestunken. Aber dann die Überbrückung musste ich in München sein. im Rechts der Isar, aber da habe ich auch schon fotografiert. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich, während ich mit dir rede, fällt mir gerade ein, da war ich schon aktiv, da habe ich ja schon für Snowboard-Magazine fotografiert und das waren ja in so zehn Quadratmeter Einzimmerwohnungen, wo drei Leute noch gepennt haben und so weiter. Da ging es voll zur Sache und dann musste ich Zivi machen und das war schwierig auf der einen Seite, weil ich irgendwie dachte, Gott, mir geht Zeit verloren. Da war ich dann bei Malteser in Garmisch und dann Kreisjugendring und jetzt darf man es nach so vielen Jahren sagen, ich habe den Kreisjugendring Spielmobilbus missbraucht damals, um damals schon die Filme in München ins Labor zu bringen, um die zu entwickeln. Es tut mir leid, aber ich habe nie einen Unfall gebaut. Genau, das war eine wilde Zeit. Und der KJR wusste damals mit mir nicht viel anzufangen, weil ich, glaube ich, der erste Zivi war zu der Zeit und war dann halt Lichtmachhütte renovieren und keine Ahnung, wo ich unterwegs war. Der Kreisjugendring, um mal unsere Hörer abzuholen, die nicht aus Garmisch-Pankehren sind, das ist eine... Wie in vielen Landkreisen eigentlich so eine Organisation, die sich darum kümmert, vor allem die Ferienzeiten, die Angebote schafft für Vereine, glaube ich, irgendwelche Aktionen, Camps und so weiter. Also das ist schon eine gute Sache, die es da gibt. Da warst du ja nicht ganz verkehrt am Platz als jemand, der dann zu dem Zeitpunkt sehr kommunikativ ist, der aus dem Sportbereich kommt und damit ja auch schon Sachen handeln und organisieren konnte. Wäre ich in dem Bereich geblieben oder hätte ich nicht die Fotografie gehabt, dann wäre das vielleicht da, hätte ich mich da mehr entfaltet. Aber ich glaube, ich war mit dem Kopf immer woanders. Nur nicht bei der Sache, glaube ich. Also du warst mit dem Kopf bei der Fotografie und nicht beim... Und was nicht nur Fotografie, das war ja die Aktionen, die wir gemacht haben. Das war dann 97, das war dann 98 bis 99, genau. Und dann nach dem Zivi, dann kam der Punkt, wo mir klar wurde, da war schon, habe ich Veröffentlichungen schon gehabt. Da habe ich schon, ich glaube, meine ersten Gelder verdient. So nebenbei, so klein, ein bisschen Geld. Und dann war klar 99, ich mache mich selbstständig. Wie funktioniert das mit den Veröffentlichungen? Also zu der damaligen Zeit hast du da Aufträge bekommen? Nein, Magazine. Hauptsächlich Magazine, die gefragt haben, kannst du für uns Fotos machen? Oder hast du Bilder gemacht, hast sie an die Magazine geschickt und wenn es veröffentlicht worden hast? Erstmal so und durch das, dass es ein wahnsinnig großes Angebot war und gerade in Garmisch waren wahnsinnig viele gute Snowboarder oder die brauchen noch Fotos für ihre Sponsoren. Da gab es ja dann viel, ich weiß es nicht mehr ganz im Detail, dann war K2 war ja damals auch mit dem Büro in Garmisch. Also die waren für mich, damals, das war ein Einstieg, den ich geschafft habe. Für die durfte ich dann schon die einen oder anderen Bilder machen und dann glaube ich, war 99, das waren dann die großen Firmen, also Kommunikationsfirmen, die dann schon gesponsert haben mit Veranstaltungen und so weiter. Also ich weiß es gar nicht, man müsste jetzt nochmal richtig nachforschen. Also ich habe nur Fragmente, also kann man... Also ich finde es gerade echt, weil bei mir läuft gerade auch so, da laufen Filme im Hintergrund ab, das was heutzutage selbstverständlich ist, dass ein Sportler, der Sponsorpartner hat, dass sie entsprechend die Bilder kriegen, wo dann auch bestenfalls der Aufkleber oder der Patch zum Sehen ist oder der Aufkleber am Helm, wie auch immer, ist heutzutage selbstverständlich. Zu der Zeit, als du angefangen hast, war das glaube ich, also hast du ja so eine voll krasse Phase mitgemacht, als sich das so peu à peu etabliert hat beziehungsweise auch die Marke dann mit dem Sportler richtig in Szene zu setzen, also in der vollen Action. Genau. Und als Fotograf damals war ich ja, ich glaube ich war Freund und Partner zum Sportler. Das war das Schöne eigentlich. Also wir waren so als Fotografen, haben wir die alle Sportler begleitet. Wir haben dafür gesagt, entweder wurde gefilmt oder fotografiert, dass das wirklich, es ging ja um die Tricks und so weiter, dass das wirklich authentisch und damals zeitgemäß, also zeitgenössisch oder wie man es nennen würde, jetzt geschwollener Ausdruck, fotografiert wird. Und das waren gewisse Styles, damals auch gewisse Klamottenstyles, gewisse Mode und so weiter. Also es war klar, in dem Alter, Anfang 20 und so weiter, saugst du das auf, bist voll dabei und dass wir das damals machen durften. Also stell dir vor, wie jetzt beim Autorennen und so weiter, wenn jetzt Sebastian Vettel hat ja seinen, also hätte der damals so, du konntest bei gewissen Dingen nicht so dabei sein, auch als Fotograf, weil es ja nicht normal war damals. Also es gibt schon mittlerweile mehr so Sportdaten oder durch die Social Media ist das wieder, glaube ich, mehr im Kommen, wo gewisse Sportler oder Musiker, Künstler entsprechend begleitet werden eigentlich. Da profitieren dann alle davon. Der eine da kann das Material fotografieren und schießen, was cool ist und der, in dem Fall Sportler, Künstler etc., profitiert ja voll davon. weil er gutes Material bekommt und wird veröffentlicht und damit halt auch in die Kommunikation gehen kann. Genau. Ja, das ist schon, also der, jetzt nochmal auf den, nochmal aber auf den Schritt zurück, Ausbildung fertig, die ersten Aufträge im Grunde bekommen und dann gleich zu sagen, jetzt mache ich mich selbstständig. Ja, das war wilde Geschichte. Also so wie aus, ich gehe jetzt aus dem südlichsten Mittelpunkt des Bayerischen Waldes nach München, ist das ja der nächste krasse Cut, zu sagen, jetzt mache ich das. Ich wollte noch, genau, ich kann mich noch erinnern, ich wollte sogar eine Ausbildung machen zum Fotografen in meinem Heimatort und der hat mir abgeraten und bin ihm dankbar dafür, weil es stimmt, also weil der klassischen Fotografen-Ausbildung, das ist ein komplett anderer Bereich, der hätte gar nichts mit dem zu tun gehabt, wie ich fotografiert habe oder wo ich war. Was ich aber geschafft habe, ich habe damals dann, Gott sei Dank, viele andere Fotografen kennengelernt und Top-Fotografen aus München und da war ich immer in München drin und konnte im Studio mitassistieren, also da habe ich viel gelernt. Also das war so die beste Ausbildung für mich quasi, im Kontakt mit anderen Fotografen, Filmern, also vor allem Fotografen damals und da war der Austausch da, das war familiär, wir waren theoretisch Konkurrenz, auf der anderen Seite Fotografen-Family, wir haben uns Sachen gegenseitig geliehen, jeder hat dem anderen geholfen und das muss ich sagen, das ist nach wie vor so in der Gang, in Anführungszeichen, in der ich mich bewege. Ich habe das ja in meinen früheren Tätigkeiten beim Alpentestival auch mitbekommen, dass das in der Tat so ist, ob das der Marcel Lemmerhurt ist oder ob das der Matthias Fendt ist, wenn der eine nicht kann oder sie sagen, hey, ich hole noch ein paar dazu, weil wir funktionieren zusammen, das finde ich echt grandios, dass klar, jeder muss schauen, dass er irgendwie am Ende des Monats seinen Kühlschrank voll hat und die Familie ernährt. Auf der anderen Seite ist es ja wie eine Arbeitsgemeinschaft, oder? Weil du weißt, du hast ein größeres Projekt und dann holst du die dazu, mit denen du dich privat verstehst und sagst jetzt, komm jetzt, wuppen wir das zusammen. Genau. Und die auch unterstützen. Also klar, wir haben beruflich, sagen wir, verbandelt, aber es war immer der Gedanke, wenn jetzt ein Kollege eine Fotoidee hatte, dann war ganz klar, hey, ich unterstütze den, der kriegt ein geiles Bild, ich helfe ihm. Oder bei mir, dann geht es ja drum, oder der Monsterkick, er wird gebaut und mit der Szenerie bei dem Sonnenuntergang, dann brauchst du das und das und das und das. Da hilft man sich. Also das war damals auf jeden Fall so. Heute immer noch, vor allem mit meinen alten Jungs, ich werde älter, das ist mir langsam aufgefallen schon ein paar Mal jetzt, es ist aber immer noch so. Wir unterstützen uns immer noch gegenseitig, also für coole Projekte, für coole Ideen. Ja, das finde ich wichtig und das ist auch cool, wenn ihr euch das bewahrt beziehungsweise ja auch jeder dann mal vielleicht noch mal speziell sich in einer Nische noch mal ein bisschen austobt, wovon doch wieder jeder profitieren kann. Genau, ja. Weil dann, wie du ja auch sagst, was du damals in München erlebt hast und jetzt auch, du lernst neue Kniffe, sag ich mal, oder hey, darauf kommt es an, darauf kommt es an, das ist schon ganz, finde ich ganz lässig. Ja. Ja, und die, ja, der Schritt in die Selbstständigkeit, den hast du ja, also ich will nicht sagen, nicht bereut, sondern da ging es ja dann richtig voran, beziehungsweise hast du ja dann in anderen Bereichen dich auch noch, das war, oder dann war die, war die Frage dann, wie bringe ich diese, diese Geschichte richtig zum Laufen? Also 99 selbstständig gemacht, da muss ich nach dem Herrn Wackerle danken von der Reifelsenbank in Patenkirchen, weil ich war, damals habe ich mir ein gebrauchtes Objektiv, also für die Fotografen, die werden es verstehen, 35 bis 350 Millimeter, 3,5 bis 5,6 Lichtstärke, es war gebraucht, habe ich mir ausgesucht, das war damals 2500 Mark, war viel Geld und das war mein Einstieg in die Selbstständigkeit, ich bin zum Herrn Wackerle damals gegangen und gesagt, ich brauche das Objektiv, dass ich mir das ein kleines Mini-Kredit und mit dem bin ich dann in die Selbstständigkeit reingerutscht und ab dann, genau, war ich Stadler, Foto, schieß mich tot und dann ging es da hin und ich möchte ihm danken, weil ich habe keine Sicherheit und nichts gehabt und so weiter, aber er hat das verstanden und hat gesagt, ja, mache ich und genau. Und bist du dem, also jetzt kommen wir wieder auf das Thema, nicht wieder, auf das Thema Actionfotografie, also dem Sport, dem Action-Sport, dem bist du ja treu geblieben, sehr, sehr lange Zeit. Bin im Prinzip, soweit ich das noch machen darf, bleibe ich dem treu. Klar, die junge Generation, die zieht nach, wahnsinnig viele Fotografen-Talente, die ich auch gerne unterstützen möchte, weil mir wurde damals auch geholfen, muss ich dazu sagen. Also ich war junger, unerfahrener Fotograf und damals waren die Älteren, haben uns auch unterstützt und Tipps gegeben oder Chancen gegeben und das, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, dann würde ich das auch gerne weitergeben und jetzt, da ich ja noch nebenbei einen anderen Wohnsitz habe, bin ich jetzt im Wassersport, habe ich jetzt angefangen, also Action-Sport-Surf-Fotografie. Ah, okay. Das ist so, im Snowboarden mache ich aber immer noch, tatsächlich, seit über 20 Jahren fast, arbeite ich mit einer PR-Frau zusammen, mit der Astrid und ich darf dann immer einmal im Jahr, also bin ich in der Schweiz, mindestens einmal in der Schweiz und kann immer noch die Larks Open fotografieren, was einer der größten, wichtigsten Snowboard-Events in Europa oder in der Welt ist, muss man sagen. Also von daher darf ich immer noch das machen, obwohl ich schon so alt bin und die Kids, die ich da fotografiere, könnten meine Kinder sein und wo ich schon merke, so, oh, oh, ich werde älter, aber es macht immer noch Spaß und ich bin froh, dass ich es machen darf. Ich glaube, wenn du den Spirit einfach spürst oder auch die Freude merkst und du hast ja dann auch gerade jetzt, wenn du bei den Larks Open bist und dann mal zurückschaust auf die Sommercamps, die Entwicklung in dem Sport ja auch miterlebt, die ja neben der technischen Weiterentwicklung, der Weiterentwicklung der Kicker, der Weiterentwicklung der Sportler auch für die Fotografie eine unwahrscheinliche Entwicklung bedeutet. Ja. Vielleicht auch mal, ihr werdet das auf jeden Fall in den Shownotes sehen oder auch bei Instagram. Der Stadi wird mit verlinkt und dann könnt ihr auf seinem Instagram-Account oder auf der Website seht ihr mal das, was er fotografiert beziehungsweise spürt ihr auch so ein bisschen, wovon er gerade spricht, wenn ihr diese Bilder seht. Gut, da muss ich die Webseite nochmal updaten, die ist gerade an der Construction. Dieser Podcast hat kein Ablaufdatum. Okay, ja. Damit entsteht jetzt kein Zugzwang. Ja, es ist ein paar Schenny-Pudels sind schon unterwegs. Ein paar und ja. Die Snowboard-Action-Fotografie war ja das, mit dem du groß geworden bist, beziehungsweise groß geworden hört sich so ein bisschen hochtrabend an. Wo du den Fuß gefasst hast, wo du dann auch dir sicher warst, du kannst das, du hast deine Aufträge gehabt, du hast mit den Sportlern dich verstanden, beziehungsweise konntest du mit ihnen auch zum Teil mitfahren. Wie kam es dann dazu oder wann war der Zeitpunkt, als du dich dann, ich sage mal, breiter aufgestellt hast für andere Sportarten und andere Tätigkeiten? Also es war nie bewusst, irgendwas zu machen. Es war wirklich, also ich konnte, ich kann nicht behaupten, dass ich irgendwas bewusst geplant angegangen bin. ich bin tatsächlich so immer reingefallen und da hat sich das, jeder Tag war neu und das war auch, weil das gerade jetzt eben dieses Aufteilen, es war nicht nur Snowboard, ich weiß die Jahrestellen jetzt nicht mehr auswendig, es war damals in Garmisch ja nicht nur die Snowboard-Szene, sondern Freeski, wie wir es heute kennen, ist damals ja auch mitgewachsen, da war ja auch damals das Freeski-Magazin, da war damals der Breituni, der Mark Traubmann und so weiter, die das Postures-Magazin und so weiter damals mit aufgebaut haben, und da war ich ja auch noch, also hab da noch Fotos geliefert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr exakt, was ich genau gemacht habe, wann, weil damals für diese einen Sportartikelhersteller, der ja in Garmisch mehr als vertreten ist, da war ich ja da schon, da hab ich da mitgekäufen und dann teilweise auf Testor mitgekäufen, hab Bindungen geschraubt, es war dann nicht nur Fotografieren, da war, ich weiß nicht mehr die Details. Warst dann im nächsten Schritt ein Teil der Familie? Genau, genau, und während du jetzt mich fragst, fällt mir erst langsam wieder alles so ein, und während ich spreche, fällt mir wieder was ein, und wahrscheinlich habe ich hundert Sachen vergessen, aber das war dann wirklich so, das war nie ein Plan, es hat immer alles das andere ergeben, und dann über die Zeit sind ja natürlich die Sportarten, das Drumherum, das Andersworn, da hat es das gegeben, dann genau Motocross, was war denn noch alles, also ich weiß es gar nicht mehr, dann ständig irgendwie Geld verbraten, das man nicht hatte, um nach Neuseeland zu fliegen, Geld verbraten, das man nicht hatte, um nach Kalifornien zu fliegen, und zum Fotografieren, zum Fotografieren, Roadtrip war das immer, war immer Roadtrip, irgendwie in Autos gepennt, oder jenes gemacht, und wie kam es dazu, dass du, du warst ja mal Teammanager bei Völkl, genau, da bin ich auch reingerutscht, und das war Teammanager, war das Freeski, oder Snowboard, das war dann Snowboard, genau, da bin ich dann auch reingerutscht, ich weiß nicht mehr exakt, wie der Kontakt zustande kam, klar, weil man damals ja auch alles kannte, und weil, stimmt, weil ich damals ja auch schon bei K2 habe ich, stimmt, ich war ja bei K2 Freeski Teammanager, so nennt sich es halt, das hört sich jetzt geschollen an, das war, also das Wort Manager, lassen wir mal weg, also das, weil Manager wäre jetzt, da würde man das Wort kaputt machen, auf jeden Fall, da war ich in dem Bereich für Freeski, Organisationstalent, ja, da hat er halt mitgeholfen, genau, weil, weil der Vorgänger, ich weiß nicht mehr, ob er aufgehört hat, oder kann, ich weiß es nicht mehr im Detail, auf jeden Fall war ich plötzlich für die Freeski-Jungs zuständig, habe ich ja gern gemacht, das war eine coole Zeit, und viel gemacht, und dann waren externe Sponsoren wie Siemens dabei, dann sitzt man plötzlich mit Siemens-Leuten am Tisch und irgendwelchen großen Alkoholfirmen, die da mitsponsoren sind, das waren ja diese großen Dinge, und ehrlich gesagt, ich habe Talent in gewisse Dinge, Leute zusammenzubringen, aber meine Talente waren definitiv nicht im Backoffice, sage ich jetzt mal. Ja, okay, ich verstehe. Also anzureißen, super, aber dann, klar, und dann kommen Überforderungen zustande, aber auf jeden Fall, habe ich es immer gern gemacht, und so bin ich dann zu Völkl reingerutscht, und das war eine super Zeit, das war echt cool, also was ich da machen durfte, und habe dann da aber ein Team übernommen, und ich habe es immer von einer anderen Perspektive gesehen, auf jeden Fall, es waren ja tolle Möglichkeiten, ich bin rumgekommen, wann kommst du schon nach Japan, wann kommst du schon da und da hin, und es war eine coole Zeit, aber ich habe mich damals schon ein bisschen ausgebrannt, also ich war dann, war ja Fotograf für die, ich war alles, und nicht so strukturiert, muss man ehrlich sagen, also da habe ich schon einige, vieler gemacht. Das könnte jetzt ein bisschen stereotypisch sein, ein Fotograf ist ein Künstler, und den Künstlern wird ja nachgesagt, dass sie nicht unbedingt so strukturiert sind. Ich sehe mich nie als Künstler, weil ich sehe andere als Künstler, aber ich sehe, dass ich dokumentar bin, oder so, Kunst, vielleicht sehen, dann freut es mich, wenn andere ein paar Fotos von mir als Kunst sehen, dann freut es mich, obwohl die Künstler, die ich kenne, und als Künstler respektiere, die, also ich glaube, ich mache gerade Kunst, aber. Also ich habe ja jetzt erst den Podcast wieder seine Kneidinger gehabt. Die macht Kunst. Es ist Kunst, also sie schafft Kunst mit den Händen und den Farben. Wenn ich Bilder sehe, und ich bin ja auch aufgrund meiner persönlichen Interessen, der, jetzt, wir sind in der Thematik Action oder sagen wir mal Sportfotografie, das ergreift mich, das umarmt mich, und wenn da ein cooles Bild ist, zum richtigen, mit einem richtigen Licht, mit einem coolen Sprung oder dieses, wie hast du es vorhin genannt, wenn der Schnee in die Kamera reinstaubt. Genau, Powder and Turn. Dann ist das halt auch irgendwie Kunst, den Blick dafür zu haben. Aber dieses, also ich glaube, diese Diskussion machen wir jetzt gar nicht erst auf. Ja, ja, klar, das wäre das, genau. Aber ich habe mich, ich habe nie das gesehen, weil ich, da fällt mir der Intellekt dafür. Also das ist so, oder die, da fehlt mir, glaube ich, da fehlt mir ein bisschen was. Jetzt hast du ja gesagt, dass dich diese, also fotografieren, Teammanager sein, das Ganze organisieren und dann zu merken, dass irgendwie eine fehlende Struktur da einen ganz schönen Druck erzeugt, hat dann dazu beigetragen, dass du später dann, also mit einem gewissen zeitlichen Versatz, dich zu Fuß, auf dem Jakobsweg, auf dem Jakobsweg begeben hast. Ne, also das ist so, das ist ein Thema, wo ich offen umgehe, weil ich es eigentlich jedem einbläue, also weil viele meiner Freunde und so weiter, das betrifft viele, also ich, ich habe so ein Erschöpfungssyndrom damals gehabt. Also ich habe mir einfach ins Aus geschossen und ich habe aber Gott sei Dank mich noch recht, ich habe noch rechtzeitig die Handbremse gezogen, Gott sei Dank noch mich so aus dem Spiel genommen damals. Also das bin ich ganz dankbar im Nachgang, aber klar, es sind viele, die enthusiastisch Monate, Jahre irgendwo drin sind und einfach sich vergessen oder wo kann man Tankstelle, Tankstellen kriegen etc. Auf jeden Fall, das war wichtig, sehr, sehr, sehr wichtig und selbst diesen Crash, den ich damals hingelegt habe, dem bin ich so dankbar heutzutage, weil der erinnert mich an was und konnte rechtzeitig noch die Pause machen und dann kamen so Fragen im Leben, also von diesem freien Leben, das man ja hatte und ich musste schon immer schauen, wo verdiene ich mein Geld und so weiter, dann kam mir so der Wunsch nach Struktur, den hat man immer wieder im Leben und dann war die Krankenpflege auch wieder da und dann bin ich nach einer kleinen Pause, habe ich 2006, glaube ich, mich in Garmisch beworben in einer KBO-Klinik und wollte das wieder ausprobieren und habe mir gedacht, das ist es, vielleicht gehe ich wieder Krankenpfleger etc. und habe das ausprobiert, wie gesagt und dann tut es mir quasi leid im Nachhinein für die Firma, weil ich schon in der Probezeit wieder gekündigt habe, weil ich, damals war der Wunsch, der hat mich schon ein paar Jahre begleitet, das Thema Jakobsweg und ich habe dann zu der Zeit diesen Podcast vom H.P. Kerkeling gehört. Ich bin dann mal weg. Genau. Nein, Podcast, das war das Buch. Das Buch, das Buch gehört, genau. Bin dann mal weg und ich so, ja, wenn der das schafft, schaffe ich das auch, weil ich habe immer Angst gehabt vor diesen 800 Kilometern. Aber ich denke, scheiße, das schaffst du ja nicht und die Zeit. Das Thema Zeit, da haben wir eh schon mal drüber gesprochen, das ist so ein Thema für sich. Auf jeden Fall bin ich wahnsinnig glücklich drüber, die Entscheidung getroffen zu haben, mal wieder gekündigt zu haben und mir die Zeit zu nehmen, mich auf den Jakobsweg zu begeben. Und jetzt war ich ja schon in einer weiten Welt unterwegs, hinter einem Dschungel von irgendwo in Malaysia und weiß Gott, was ich alles gemacht habe. Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, wo ich auf den Jakobsweg gegangen bin und sitze in so einem bescheuerten Pilgerzug in Frankreich und sehe lauter so Outdoor-Deutsche irgendwie, die da den Weg pilgern wollen. Und ja, dann bin ich den Weg gegangen. Also ich kann es, ich bin gerade Outdoor-Deutsche, wie warst du? Du bist ja nicht mit Jeans und T-Shirt runtergelaufen. Du hast dich schon ein bisschen vorbereitet, hast du dich schon? Auch, aber du sitzt da drin in einem Zug und schaust links und rechts und alle Picobello angezogen mit ihren Schöffel, Hemden und Zeug und so und ich so, ach du Kacke, wo bin ich jetzt? Was mache ich hier? Und auf jeden Fall der Wunsch mich, also das, eigentlich ist es eine längere Geschichte, aber um es vielleicht in ein paar Worten zu packen, das war, also ich hatte immer den Wunsch, mich freizulaufen im Sinne von, ich brauche Energie. Also so das war ja in, du ja auch als Eventler und so weiter und in dem Metier, wo wir unterwegs sind und Waren, das hat ja oft mit Energie zu tun ein bisschen und da war der Wunsch einfach da und ich habe gespürt, mit dem Laufen schaffe ich es, also was heißt schaffe ich es, mit dem Laufen, das wird eine gute Sache, also das ist so, das war jetzt kein religiöser Gedanke, obwohl ich ja aus einem sehr, sehr religiösen Background komme, durch das hat es mich schon immer begleitet, aber da war, da war dann das Buch vom Kierkeling muss ich da gestehen, der das noch auf eine super Art erzählt hat und dann war klar, ich muss das gehen. Wie lange hast du dann gebraucht für diese 800 Kilometer? Das waren glaube ich 33 Tage, waren das dann, ich habe den klassischen Camino Frances, heißt der, bin ich gelaufen und genau und mit klassisch allen Fehlern, die man so macht, mit zu viel Gepäck, viel zu schnell loslaufen, so typisch deutsch, wie man heute ist und schnell und gerade und überhaupt und den Prozess, den man da durchmacht in diese Tage, bis dass man zum Schluss da ankommt, was das mit einem macht und das war natürlich für mich das mit Abstand Beste, was ich je in meinem Leben gemacht habe damals, also das war das Wichtigste. Und da gab es eine ganz besondere Begegnung auf diesem Weg, oder? Genau, das war ja, ich bin ja als wirklich glücklicher Single oder wie er immer oder wie er halt damals war, also losgelaufen. Mir wurde zwar schon, bevor ich losgelaufen bin, gesagt, ja Stati, da bringst du Spanierin mit dir irgendwie, da haben schon ein paar irgendwelche Sprüche loslassen und das war mir wirklich, wirklich nicht auf der Agenda gestanden. Auf jeden Fall, wie ja viele wissen oder die meisten wissen bei mir, habe ich da meine Frau kennengelernt auf dem Jakobsweg und ja, das war eine ganz coole Geschichte eigentlich. Seid ihr in dem Weg ein Stück zusammengelaufen oder war das eine kurze Zeitbegegnung und dann irgendwie hat sie sich wieder getroffen? Ich habe sie in der Mitte ungefähr vom Weg immer wieder gesehen und das Schöne am Jakobsweg, das kann ich jedem empfehlen, es ist brutal unverbindlich. Du triffst Leute, du hast eine wunderschöne Zeit, du hast einen Haargarten mit denen, trinkst eine halbe oder zwei und sagst dann danach Bojen Camino und ciao. Dann siehst du die Leute nie mehr wieder oder den nächsten Tag wieder oder nach drei Tagen wieder und du triffst einen Haufen Deppen und du triffst einen Haufen gute Leute. Also das ist das ganz normale Leben. Das macht dich auch nicht heiliger, der Weg, überhaupt nicht, aber er lässt dich Dinge mehr annehmen, also um es so auszudrücken und so habe ich da meine Frau auch so in der Mitte des Weges kennengelernt, immer wieder gesehen, sie hat gemeint, sie sagt mir heute, ich war damals schon irgendwie, war ich so, habe ich ein bisschen so geschaut und irgendwie, ich sage, nee, das stimmt überhaupt nicht, ich war aber nur nett und freundlich und wollte nur irgendein Pflaster hergeben, das sich am Fuß verbunden hat und war dann gleich wieder weg und war halt auf der Rohe, auf Borisch gesagt und genau und so hat man sie immer wieder gesehen und zum Schluss haben wir uns aber auch verloren gehabt, dann die letzten acht Tage wusste ich nicht, wo sie ist und ich bin alleine nach Santiago gelaufen und sie auch und das ist jetzt ein bisschen quasi das Romantische, sage ich jetzt einmal, weil ich wollte eigentlich zurück, habe aber gedacht, na, warte ich halt noch einen Tag, vielleicht siege ich sie nochmal und sie hat sich gedacht, meine, vielleicht siege ich nicht mehr, aber sie ist dann den Tag davor 40 Kilometer durch den Regen gelaufen und weil sie sich gedacht hat, vielleicht siege ich ihn nochmal und ich bin den nächsten Tag dann, also das ist dann vor die Kathedrale in Santiago unter sie dagestanden und da bin ich dann hingelaufen, habe ich eine Hand genommen und seitdem sind wir zusammen. Ich fasse mich gerade mit meiner rechten Hand ins Herz, weil es echt herzerweichend ist. Das ist wie im Film. Das war ein bisschen, ja schon kitschig ein bisschen. Ja, schön kitschig, schön kitschig. Ja, laufen wir so viele Kilometer, da bist du, da öffnest du dich, das ist so, nein, und das ist dann so passiert und habe es zulassen. Das ist schön. Genau und ja, das ist, das hat komplett alles verändert, muss ich dazu sagen, im Positiven. es hat also familiär bei dir einiges verändert. Familie, ja, um nochmal Werbung machen für den Jakobsweg, ich kann nur jedem das raten, weil ich habe, wenn ich nur daran denke, kriege ich Energie. Also das ist ein Wahnsinn, also das ist das Beste, was man machen kann. Du hast es ja schon im Vorfeld gesagt, wenn wir auf das Thema Jakobsweg kommen, dann musst du mich bremsen, weil sonst fange ich an. Soll ich eben bremsen, vielleicht machen wir noch eine Sonderfolge Jakobsweg. Ich biete auch Führungen auch mittlerweile. Wir brauchen keinen Tinder, es gibt einen Stadi auf dem Jakobsweg. Da lernen sich tatsächlich viele Leute kennen, es trennen sich aber viele da, vor allem Pärchen. Das glaube ich, das glaube ich, ich habe viele Jahre beim Trans-Alpen-Run im Streckenteam mitgearbeitet und das ist ja auch so ein Teamwettbewerb, der über die Alpen führt. Da fällt die Fassade bei vielen und entweder schweißt es ganz eng zusammen oder es wird dann das Band wird zerschnitten und es ist nicht reparabel. Aber es ist ja auch gut, dann weiß man, wie man dran ist. Du weißt, wo du bist. Genau. Nach dem Jakobsweg gesetzt, werde ich mal wieder ein bisschen unromantischer mit dem Thema Fotografie, spielte trotzdem noch weiterhin eine Rolle und Ja, ich habe damals schon dokumentiert. Das war dann schon, mit Kamera, also mit kleiner Kamera und so weiter, bin ich losgelaufen und habe fleißig fotografiert am Jakobsweg. Und wo ich heute noch Bilder verkaufe von damals an einen Reiseführer für Jakobsweg und so weiter. Also das hat sich von dem her, also es war eher doppelt. Das war ja schon ein persönliches Ding, aber es war im Prinzip ein klassischer Fotojob, kann man nicht sagen in dem Sinn, aber da wir Fotografen ja wahnsinnig, also in dem Metier, wo ich bin, frei arbeiten machen. Das sind ja diese Roadtrips, diese klassischen, die wir ja im Snowboarden gemacht haben, also irgendwo hin von zwei Wochen und schauen, dass was dabei entsteht und Jakobsweg war auch so ein Thema. Da warst du dann schon fast ein bisschen bei der Landschaftsfotografie, oder? Aber immer aus der Hand, nie stehen bleiben, also nie länger, immer nur aus der Hand, immer nur die Möglichkeit, nie einen Filter benutzen, einfach so wie es ist und Porträts auch, viele Porträts macht er von Pilgern, mit denen ich heute noch in Kontakt bin, teilweise und das war ja die ganze Welt versammelt, also Südamer, Amerika, Korea, Australien, Kanada, keine Ahnung, also schon cool. Also ich merke gerade, dass das Thema Jakobsweg bei dir unwahrscheinlich Power erzeugt und ich glaube, das ist auch die Energie, die du dir immer wieder abrufen kannst, wenn es um deine Jobs geht, beziehungsweise auch du pendelst ja zwischen Garmisch-Partenkirchen und Spanien mittlerweile, weil deine Familie in Spanien lebt. Genau, das ist ja dann, das hat sich in den letzten vier Jahren dann so ergeben. Also ich war zwischendrin beim Jakobsweg, dann das 2007 glaube ich, war das, genau und dann meine Frau, also die ja dann nach Spanien, also es war auch so ein klassisches Hin und Her und ich nicht gewusst, wo gehöre ich denn eigentlich hin im Leben und dann auf jeden Fall sie nach Garmischar gezogen ist, wo wir da eine schöne Zeit hatten. Ich fotografisch Gas gegeben habe auch zwischendrin, immer wieder, aber immer wieder habe ich gelernt, es ist ein bisschen sehr, sehr unorthodox, was ich mache. Manche finden es vielleicht ganz lustig, was ich mache und manche finden, denken sich, der hat einen Schatten, aber ich habe öfter in der Klinik, war ich dann in der Klinik, ich war genau Honorarpfleger damals, damals ging das noch, das war dann doch wieder nicht möglich und dann war ich teilweise angestellt, habe aber immer wieder gekündigt, wenn ich meine Auszeiten brauchte oder Projekte hatte und genau, das ging dann einige Jahre so dahin. Aber Fotografie war immer, immer nonstop Bestandteil, der wichtigste Bestandteil teilweise im Leben. Wird, glaube ich, also klar, neben deiner Familie wird das, das kommt immer mehr raus, wird dein, dein Lebens, Bestandteil sein, wo du dich verwirklichen kannst, wo du, jetzt kommst du, was du gesagt hast, in die Wassersportfotografie, also du erweiterst dich ja auch noch immer weiter. Genau, ja, genau. Du erweiterst dich auch noch mal weiter, was sind denn das für Sätze heute? Also du, also du, du entwickelst dich ja dahin auch mal weiter, bist, oder bist neugierig nach neuen Sachen, weil das auch wieder eine andere Herangehensweise erfordert, oder? Eigentlich gar nicht anders, eigentlich ist alles so, wie ich es immer kenne, es sind nur neue Leute. Ich lerne wieder, ich baue gerade, das ist für das Finanzamt, also ich bin mehr als 185 Tage im Jahr in Garmisch und hier steuern, muss man so sagen. Ne, also ich baue gerade, also wir sind ja vor vier Jahren nach Spanien gezogen, um ein Generationenprojekt zu machen, weil meine Frau sich um die Eltern kümmert. Ah, okay. Und also das hat sich über die Jahre so rauskristallisiert. Davor muss ich sagen, leider in Garmisch hätte ich Depp vor 15 Jahren mir was gekauft, dann wäre es vielleicht anders geworden. Auf jeden Fall bin ich heilfroh um die jetzige Entscheidung und genau, und ich wollte eigentlich jetzt bald den Schritt geschafft haben, voll nach Spanien zu ziehen. Das ging leider nicht und die Pandemie hat ein bisschen zeitlich das alles verschoben. Das heißt, ich muss hier noch ackern und Geld verdienen, um irgendwann den Sprung komplett nach Spanien zu schaffen. Aber ich werde immer verbunden sein mit Garmisch. Also das wird, das ist auch so, das fällt mir auch immer mehr auf, so wie es dir auffällt, wo wir vorhin drüber geredet haben. Den Garmisch werde ich, glaube ich, nie richtig abgeben können. Und ich darf ja schon seit vielen Jahren Gapa-Tourismus begleiten fotografisch, wo ich echt froh bin und stolz bin, dass ich es machen darf. Und bin auch schon immer so, stellt euch vor, ich wohne in Ehrwald. Das ist ja EU-mäßig ja nichts anderes. Und versuche ja gerade irgendwie das so aufzubauen, damit ich hoffentlich vielleicht nicht den einen oder anderen Kunden verliere, den ich ja hier gerne betreue, solange ich darf. Und ja, das ist so ein Thema. Also gerade, momentan bin ich nach wie vor viel zu viel hier, leider. Schön, also bin gern hier, aber ich habe natürlich einen Sohn in Spanien, Frau in Spanien, etc. Aber es funktioniert gut. Also ich habe den Rücken frei von meiner Familie, muss ich sagen. Also ich habe Gott sei Dank keinen großen Druck und kein schlechtes Gewissen, was sehr schwerer machen würde. Also was mir gerade auffällt, oder was mir im Moment einfällt, für mich warst du schon immer, der Stadi ist der Stadi, Fotograf und Vogel wurde der Hund und für mich warst du immer gesetzt, Stadi ist aus Garmisch-Partenkirchen und als ich das erste Mal gehört habe, dass du gar nicht aus Garmisch-Partenkirchen bist, hast du mich so gerissen. Ich habe gesagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen, das gibt es doch. Ich bin ja Zuggeräußer, so wie du. Wir sind Zuggeräußer. Wir sind halt vom selben Virus infiziert. Ich habe einen Migrationshintergrund. Und als Niederbayer hast du das manchmal nicht ganz leicht hier. Aber alles gut hier. Ja, Stadi, jetzt schaue ich mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir sind schon weit vorangeschritten. Ich glaube, wir könnten noch Stunden reden, zumal wir die actionreichste Wintersport-BG auch noch nicht erwähnt haben. Ja, genau, das habe ich dir heute gezeigt. Das ist unser Cliffhanger zum nächsten Gespräch. Es gibt so viel zum Reden, aber mit allen deinen Gesprächspartnern, das ist ja Wahnsinn, was da zu reden gibt, gerade in Garmisch. Das hört zum Glück und hoffentlich nicht so schnell auf. Ja. Ich habe ja zum Abschluss für meine Gesprächspartner immer ein, ja, eine Art virtuelles Geschenk. Okay. Und zwar kriegen ja, die Episoden, haben ja einen Episodentitel und sie haben eine Episodenbeschreibung. Den Titel behalte ich mir vor und die Beschreibung darf mein Gast beisteuern. Das kann ein Lebensmotto sein, das kann ein Slogan sein, das kann einfach nur eine Aussage sein und das ist jetzt überlassen. Oh, jetzt triffst du mich. Gott, da bin ich immer ganz schlecht in sowas. Aber weil wir gerade jetzt zum Schluss beim Jakobsweg waren und da gibt es diesen berühmten Spruch vom Jakobsweg, der heißt Buen Camino. Das heißt einfach nur, guter Weg. Und ich finde das so schön und das war eins der Dinge, weil es so unverbindlich ist, jedem, den man so trifft, kann man einen guten Weg wünschen. Das ist natürlich Spanisch, das ist jetzt nicht Burisch, aber das ist mir gerade so in den Kopf gehängt. Also das muss ich jetzt, das nehmen wir. Ich glaube, nach dem Gespräch ist das ein sehr würdevoller und richtungsweisender Beitrag oder eine Beschreibung. Stadi, lass uns nochmal anstoßen. Dankeschön. Gelt's Gott. Schön, dass du da warst im Hoergarten. Danke, dass ich da sein darf, durfte. Prost. Mei, war das ein schöner Hoergarten heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mal in einer Situation seid, in der ihr euch erdrückt fühlt oder nicht auskennt, dann nehmt den Jakobsweg und wenn der zu weit weg ist, dann macht einen Spaziergang. Einen Tag, zwei Tage, einfach vor der Haustür und lasst mal die Dinger auf euch wirken. Und wenn ihr Bilder einfangen wollt, dann schnappt euch eine Kamera und fotografiert euch oder eure Freunde bei dem, was euch Spaß macht. Glaubt an euch und buen camino. Si. Guten Weg. Servus. Fiert euch. Bis zum nächsten Mal.